Hey Leute, hier ist Anzu und ich möchte euch heute mal ein bisschen was über eine sehr skurrile Weihnachtstradition in Japan erzählen. Da Japan kein christliches Land ist, ist das ganze hier ein bisschen anders als in Deutschland. Allgemein hat Weihnachten hier eher einen kommerziellen Touch. Abgesehen von den vielen wunderschönen Beleuchtungen kam bei den meisten von uns Austauschstudenten nicht wirklich Weihnachtsstimmung auf. Aber Japan wäre nicht Japan, wenn sie nicht doch eine skurrile Weihnachtstradition hätten. Und so eine skurrile Tradition will ich euch heute vorstellen. Für viele Japaner ist es eine Tradition zu Weihnachten zu KFC zu gehen. Das ganze geht sogar so weit, dass es ein Feiertags-Specialmenü gibt. Dieses kann man sich bis Anfang Dezember für die Feiertage vorbestellen. Und das haben wir uns dieses Jahr einfach mal gegönnt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, wie es zu dieser Tradition gekommen ist. Das Ganze fing mit einer PR-Aktion an, als damals die ersten KFC-Läden in Japan eröffnet wurden. Der Manager hat sich damals wahrscheinlich gedacht, wir müssen irgendwie den Verkauf an kurbeln, also lass uns ein Weihnachts-Specialmenü verkaufen. Das wurde dann von den Japanern sehr gut aufgenommen und mehr oder weniger als Tradition eingeführt. Außerdem wird oft gesagt, dass das Gesicht aus dem KFC-Logo ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann. Natürlich kenne ich auch viele Japaner, die jetzt nicht zu Weihnachten zu KFC gehen. Aber die Tatsache, dass dieses Menü seit zig Jahren immer wieder angeboten wird und dass wir nicht in den KFC bei uns vor Ort gehen konnten, sondern in den zweitnächsten KFC fahren mussten, um unser Menü vorzubestellen, bestätigt irgendwie, dass scheinbar genug Japaner von dieser Tradition überzeugt sind. Ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage mit euren Freunden oder Familie und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ah, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist Sarah. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist super! Das ist so... Das ist so... Oh... Bye. Ah, das ist so... Das ist schön. Halt. Ah, vielleicht kann man... Ähm... Ähm, kann man... Ah... Oh, sehr... Oh, das ist so... Okay. Oh, ein bisschen. Wie geht es? Hm,多分... Cheese? Ich weiß nicht. Insel. Ja, ich weiß nicht. Wie geht es? Ich habe mich nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es ist ein ReviewsKAAl.